Durch die kleinen Öffnungen in den Masken beobachteten wir eine heiter blökende Amazon mit Google im Schlepptau. Google schwebte als variabler Buchstabencluster. Die Lettern spiegelten sich in Apples hauchdünnem Rechteckskörper. Wir haben sie gesehen, die Götter und Göttinnen. Auf der Galerie in der Arena haben sie beobachtet durch die kleinen Öffnungen in den Masken der Maskottchenkostüme. Toyota, glich einer riesigen Meeresspinne mit verschalten Gliedmaßen und winzigen Kopf, stagste er zwischen Samsung und Hyundai hindurch. Samsung, ein amorphes Konglomerat aus blauen Geleebällchen. VW und die deutsche Allianz Hand in Hand. Vodafone und Microsoft und Nestle und Bayer und Walmart in Menschenform. Visa, Mastercard, PayPal beflügelt. Wir haben sie beobachtet. Die Göttinnen und Götter in den höchsten Rängen der Arena. Starbucks, die grüne Meeresjungfrau mit dem zweigeteilten Schwanz. Natürlich hat es ihre eigene Couch mitgebracht. Apple, dear, come, sit with me. Und dann betrat Lockheed, der Waffengott Nummer eins. Die Arena unter seinem Vorsitz sollte einer der Mächtigsten zu Boden gehen. Lockheeds Erscheinung war nicht zu überbieten. Er hat einen Körper aus flexiblen Legierungen, die sich auf Wunsch zur Unendlichkeit hin ausdehnen. Wenn Lockheed wollte, könnte er aus dem gesamten Pantheon eine Meute Gefangener machen. Auf sein Zeichen hin flogen die Türen des Portals in die Arena auf. Applaus für Petroquiner, Gazprom, BP Chevron, ExoMobil, Statoi, Total, Oxy und Emi. Zur Höchstform aufgeplustert und mit allen möglichen Insignien geschmückt, betraten die Ölgötter den gerechten Sandboden. Wir beobachteten sie durch die Öffnungen in den Masken, beobachteten den Kampf, bei dem ein Mächtiger zu Boden ging. Ein Mächtiger ging zum Boden! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020